Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der königlichen Filmkritik. Heute geht es um Thor, Love and Thunder. Thor, Love and Thunder ist jetzt am 6.07.2022 in den deutschen Kinos gestartet, hat eine Altersfreigabe von 12 Jahren und eine Lauflänge von 119 Minuten. In der Besetzung hätten wir natürlich Chris Hemsworth als Thor, Natalie Portman ist wieder mit dabei als Jane Foster, Tessa Thompson spielt mal wieder die Walküre und unser Widersacher, der wirklich fantastisch aussieht mit dem ganzen Make-up, ist niemand Geringeres als Christian Bale alias Batman und er spielt hier den Bösewicht Gore. Des Weiteren sehen wir in diesem Film auch Russell Crowe als Zeus, den kennt man ja unter anderem als den Hauptdarsteller im Film Gladiator. Chris Pratt ist natürlich auch wieder mit dabei als Star-Lord, Carol Gillian als Nebula oder auch Dave Bautista ist auch wieder mit dabei als Drax. Also die gesamten Guardians sind hier auch mal wieder mit am Start. Kommen wir nun direkt zur Story des Films. Thor musste den Abschied seiner großen Liebe Jane und die Zerstörung seines Planeten verkraften. Nach einiger Zeit als Couch-Potato findet er wieder neue Kraft und Energie. Und beides ist auch bitter nötig. Denn mit Gore tritt ein neuer und mächtiger Gegenspieler auf den Plan. Dessen Ziel ist es, die Welt von allen Göttern zu befreien. Dabei bekommt Thor Unterstützung von Kork, der Walküre und ganz überraschend auch von Jane. Und Jane hat sich in den letzten Jahren ganz besonders verändert. Und somit beginnt die Reise von Thor und seinem Team, um die Welt zu retten und um herauszufinden, wer er wirklich ist. Das war die Handlung des Films und der Film wirklich hat einen Gag nach dem anderen. Es gibt ständig was zu lachen. Der Film ist sehr farbenfroh, sehr bunt gestaltet. Was mir besonders gut an dem Film gefallen hat, ist mal wieder die Filmmusik. Guns N' Roses hört man ja auch schon im Trailer. Und wenn ihr die Trailer gut fandet, dann werdet ihr auch von diesem Film nicht enttäuscht sein. Aber jetzt erstmal ein paar weitere Punkte, was mir an diesem Film echt gut gefallen hat. Und natürlich kommt diese Filmkritik leider auch nicht ohne Spoiler aus. Deswegen folgt jetzt hier eine Spoiler-Warnung. Weiterschauen auf eigene Gefahr. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Thor hat unfassbar geile Momente, auch in der Kombination mit Star-Lord. Das kennt man ja schon aus den Trailern. Aber als man das dann im Kino gesehen hat, war es wirklich nochmal ein anderes Feeling, wie die beiden sich in die Augen gestarrt haben. Es war wirklich sehr unterhaltsam. Die Space-Ziegen, die das Boot von Thor durchs Universum ziehen, sind wirklich der Hammer. Wie die die ganze Zeit sinnlos durch die Gegend schreien und am Ende auch einfach so gegen so einen Mond knallen, ist es unfassbar witzig. Also wirklich, es ist so dumm, dass es halt schon wieder lustig ist. Macht wirklich Spaß, sich das anzugucken. Ja, die Filmmusik ist wirklich passend. Dieser Rock'n'Roll mit der elektrischen Gitarre, das passt einfach sehr gut. Hatten wir ja so ähnlich auch schon in Thor 3. Ansonsten muss ich sagen, die Soundeffekte, die Explosionen und sowas oder die Sounds im Weltall sind wirklich fantastisch gemacht und wieder Marvel-typisch natürlich auf einem sehr hohen Niveau. Und eine Sache, die mir unfassbar gut gefallen hat, die ich hier nochmal explizit herausstellen muss, ist natürlich das geniale Schauspiel von Christian Bale. Sein Make-up, Kostüm ist unfassbar gut und der Typ spielt seine Rolle verdammt überzeugend. Den haben sie wirklich richtig gut in Szene gesetzt und der hat mich persönlich, was jetzt ein bisschen witzig ist, er spielt im DC-Universum Batman und kämpft gegen den Joker. Und ich finde hier im Marvel-Universum in seiner Rolle des Gore, des Gottschlechters, erinnert er mich tatsächlich so ein bisschen an den Joker, weil er auch wieder irgendwie so mehrere Persönlichkeiten hat, beziehungsweise immer wieder mit seiner Stimmlage und seiner Gestik hin und her wechselt, sodass es fast ein wenig wirkt, wie gesagt, als ob er mehrere Persönlichkeiten hat. Und da wirkt er auch schon echt etwas verrückt und hat mich tatsächlich wirklich an den Joker erinnert. Fand ich witzig. Ich weiß nicht, ob es absichtlich so gemacht worden ist, ob es anderen auch aufgefallen ist. Meiner Meinung nach war es zumindest so und ich fand, es hat wirklich gut gepasst. Und Cork, den wir schon aus der Arena, aus Tor 3 auf Sakaar kennengelernt haben, der hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht in diesem Film. Cork ist echt eine coole Figur, die sie sich ausgedacht haben. Der Typ hat Humor, der hat eine geile Stimme, der sieht witzig aus und der bringt einfach die Leute wirklich zum Lachen. Auch, dass er am Ende da einen Artgenossen findet und mit ihm ein Baby macht, das war auch schon sehr, sehr witzig. Und auch sein Artgenosse wieder aussah hier mit dem Schnauzbart. Tor 1 und Tor 2 waren ja noch relativ ernst und ziemlich düster und haben sich noch etwas mehr an der Sage beziehungsweise dem Wissen oder dem Glaube, was man damals von Tor gehalten hat, orientiert. Das ist natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr so, spätestens nach Tor 3. Ich finde es gut, dass Tor nicht mehr so düster ist wie in den ersten beiden Teilen, sondern jetzt auch ein bisschen bunter ist, mehr die Persönlichkeit aufgenommen hat beziehungsweise die Stimmung aus den Filmen von den Guardians of the Galaxy, dass man Tor erlaubt, auch witzig zu sein und der Typ, der spielt es einfach gut und ja, man kauft ihm das ab, dass er jetzt einfach so ein bisschen ziellos durchs Universum reist und eigentlich gar nicht weiß, was er mit sich anfangen soll. Und die Kampfszene auch ganz am Anfang, wie er da im Spagat diese beiden, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Motorräder auseinander hält, wie er da in die Kamera grinst. Es ist einfach cool gemacht und es macht wirklich richtig viel Spaß, sich diesen Film im Kino anzuschauen. Und damit hätte ich, glaube ich, alle positiven Aspekte gesagt. Das einzig Negative, was ich zu dem Film sagen kann, ist, dass die Gagdichte am Ende etwas abnimmt und sich der Film zeitweise am Ende ein bisschen zieht oder da hätte man vielleicht noch irgendwie, ich weiß auch nicht, noch etwas anderes reinbringen können. Ansonsten, es gibt natürlich auch wieder eine Mit- und Aftercreditscene, deswegen, wenn ihr im Kino seid, bleibt auf jeden Fall ganz bis zum Ende sitzen, denn da kommt dann auch nochmal eine Szene. Von mir bekommt Thor Love and Thunder 9 von 10 möglichen Punkten, hat mir wirklich richtig gut gefallen. Wie gesagt, leichte Abzüge, da die Gagdichte am Ende etwas abnimmt und mir da ein bisschen, ich weiß auch nicht, noch irgendwas gefehlt hätte, was man vielleicht noch besser hätte machen können. Aber ansonsten, der Film ist unglaublich stark. Und das war meine Filmkritik zu Thor Love and Thunder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Kino. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.